Liebe Gäste und Freunde unseres Hauses, wir bedanken uns für Ihren diesjährigen Besuch im Menschels Vital Ressort. Uns bleiben viele wertvolle Begegnungen, ein fantastischer Sommer und viele zufriedene Gäste in guter Erinnerung. Unser ganzes Vital Ressort Team wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtsfesttage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2016. Bis nächstes Jahr!